In diesem Video werden wir uns als Abi-Grundlage die Potenzgleichung anschauen. Alle Grundlagenvideos findet ihr in einer Playlist im Abspann. Die Playlist war ein Vorschlag, mehr Abiturienten und Studenten diesen Kanal benutzen und wird regelmäßig aktualisiert. Bevor ich euch gleich eine allgemeine Lösungsschema zeige, werden wir aber eine kleine Reise in die Vergangenheit machen, und zwar in der 8.9. Klasse. Da habt ihr zum Beispiel gelernt, wenn ihr eine Gleichung der Art x hoch 2 gleich 4 habt, dann könnt ihr die Wurzel ziehen und dadurch kriegt ihr zwei Lösungen raus. Einmal eine positive, x1 ist gleich 2, und einmal eine negative, x2 ist gleich minus 2. Außerdem habt ihr auch gelernt, dass man nicht die Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen kann, also zum Beispiel diese Gleichung, x hoch 2 gleich minus 4, keine Lösung hätte. Und jetzt wäre es der richtige Moment, euch daran zu erinnern, wieso das eigentlich so ist. Dafür werden wir das Ganze grafisch betrachten. Ich habe hier die x hoch 2 Funktion abgebildet. Das ist die linke Seite sozusagen bei beiden Gleichungen. Wenn wir jetzt die linke Gleichung betrachten, mit x hoch 2 gleich 4, dann können wir uns die 4 auf der rechten Seite als eine waagerechte Gerade, die bei 4 die y-Achse schneidet und parallel zur x-Achse verläuft. Diese waagerechte Gerade trifft genau zweimal auf die x hoch 2 Funktion, und zwar einmal an der Stelle x gleich 2 und einmal an der Stelle x gleich minus 2. Und das heißt, die Lösungen dieser Gleichung sind genau die Schnittstellen dieser beiden Funktionen. Wenn wir jetzt die rechte Gleichung betrachten, also x hoch 2 gleich minus 4, und wir uns die minus 4 ebenfalls als eine Gerade parallel zu der x-Achse vorstellen, dann kann man sehr einfach erkennen, dass die Parabel x hoch 2 und diese Gerade sich niemals treffen werden. Aus diesem Grund gibt es auch keine Lösungen. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und nehmen statt eine x hoch 2 eine x hoch 3 Funktion. Das heißt, auf der linken Seite lautet unsere Gleichung x hoch 3 gleich 1. In diesem Fall muss man die dritte Wurzel ziehen, und es gibt nur eine Lösung, und zwar x gleich 1. Alternativ, auf der rechten Seite, wenn die Gleichung x hoch 3 gleich minus 1 lautet, Hier kann man ebenfalls die dritte Wurzel ziehen, und es gibt auch nur eine Lösung, und zwar x ist gleich minus 1. Auch die Lösung dieser Gleichung kann man problemlos mit Hilfe von Schaubildern nachvollziehen. Ich habe hier die x hoch 3 Funktion abgebildet, und auf der linken Seite wird sie gleichgesetzt mit 1. Deshalb gibt es hier wieder eine Gerade, parallel zu der x-Achse, die nur einmal die x hoch 3 Funktion trifft, und zwar das an der Stelle x gleich 1. Deshalb gibt es nur eine Lösung. Und alternativ, auf der rechten Seite, müssen wir die Funktion gleichsetzen mit minus 1. Auch hier wird dieser blaue Gerade nur einmal die Funktion treffen, und zwar bei minus 1. Deshalb gibt es bei der rechten Gleichung auch nur eine Lösung. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt an dieser Stelle, die Anzahl der Lösungen bei dieser Gleichung hängt einmal von der Art des Exponenten oder der Hochzahl von x, ob es gerade oder ungerade ist, und zweitens von der Zahl oder von dem Vorzeichen der Zahl auf der rechten Seite, ob es eine positive oder eine negative Zahl ist. Und deshalb wollen wir das Ganze jetzt aufallgemeinern. Also, wenn wir eine Gleichung der Form x hoch n gleich a haben, dann schauen wir in erster Reihe, ob die Hochzahl oder der Exponent gerade oder ungerade ist. Wenn unser Exponent gerade ist, dann schauen wir, ob auf der rechten Seite das a positiv oder negativ ist. Wenn auf der rechten Seite eine positive Zahl steht, dann gibt es immer zwei Lösungen. Eine positive und eine negative Lösung. Und wenn die Zahl rechts negativ ist in diesem Fall, dann gibt es gar keine Lösung. Daher dieser Blitzer. Auf der rechten Seite, wo n ungerade ist, können wir die gleiche Unterteilung machen. Also einmal den Fall betrachten, wo a positiv ist. Hier gibt es nur eine Lösung und die ist ebenfalls positiv. Und dann noch der Fall, wo a eine negative Zahl ist. Hier gibt es auch eine Lösung und diese Lösung ist entsprechend negativ. Das war jetzt die Übersicht für einfache Potenzgleichungen. Und übrigens, wenn ihr weitere Vorschläge für kurze Grundlagenthemen habt, dann schreibt sie einfach unter dem Video in den Kommentaren. Um zum Schluss noch 20 Sekunden für einen trockenen Mathe-Witz. Wie fällt ein Mathematiker ein Baum? Natürlich quartiert er ihn, damit die Wurzel wegfällt. Wie fällt einekiologian? Wie fällt ein Blick nicht für Limel? Ich weiß nicht, wie Bleibfetzen.